Wir haben uns gerade eine Stunde lang die Hauptversammlung der Volkswagen AG angesehen, um für euch News herauszufinden. Eine kleine Info gibt es, beziehungsweise einen kleinen Lichtblick. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive und wir haben heute in der Tat nur diese eine Skizze für euch, dafür aber ein paar Informationen. Europa sei die Heimat und die Kernregion des Volkswagen-Konzerns. Auch wenn man in letzter Zeit etwas das Gefühl bekommen könnte, dass China wichtiger wäre, möchte man sich scheinbar wieder auf Europa konzentrieren. Nicht heute, nicht morgen, aber ab 2027 wird es daher ein neues Fahrzeug für den europäischen Markt geben, zu einem Basispreis von um die 20.000 Euro. Und wie wir inzwischen wissen, nicht mehr als Kooperation zum Beispiel mit Renault, sondern als Eigenentwicklung. Bezahlbare Mobilität für Generationen sei das Versprechen von Volkswagen. Das neue Fahrzeug sei Ausdruck der Markenidentität, ein echter Volkswagen. Nun, da stellen wir uns die Frage, ist diese Identität nicht durch die ID-Familie etwas verloren gegangen? Sehen wir eine Rückkehr des Volkswagen i ab? Vermutlich nicht, denn man spricht von Skaleneffekten sowie der MEB-Plattform. Das neue Fahrzeug soll natürlich Maßstäbe setzen in Sachen Qualität, Design, Ausstattung und Technologie und Volkswagen spricht andauernd vom 20.000 Euro Auto. Nun, man hatte damals, die Älteren werden sich erinnern, beim VW XL1 auch mal 40.000 Euro in den Ring geworfen. Das Modell wechselte dann später in der Kleinstserie für über 100.000 Euro den Besitzer. Doch wir wollen nicht unken, sondern uns erfreuen, dass es nur noch dreieinhalb Jahre dauert, bis Volkswagen bzw. der Volkswagen-Konzern uns bezahlbare Elektroautos liefern möchte. Im Rahmen der 64. ordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG mussten wir allerdings lachen, als man uns darauf hinwies, dass Volkswagen damit zeigen würde, dass man in der Lage wäre, schnell zu entwickeln. Volkswagen nennt das Europe Speed. Also nicht das Fahrzeug, sondern die Geschwindigkeit der Entwicklung. Fakt ist, Volkswagen ist es wichtig, dass der Hochlauf der Elektromobilität von allen Seiten unterstützt wird, sprich auch von Seiten der Politik. Hier hofft man doch wohl nicht noch auf eine Rolle rückwärts in der EU. Volkswagen erwartet ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität, denn man bräuchte schließlich, und diesen Punkt können wir wirklich gut nachvollziehen, Planungssicherheit für die Industrie. Dann gab es noch fromme Wünsche. Man hätte gern den Ausbau der Ladeinfrastruktur, angemessene Energiepreise bei einem nachhaltigen Energiemix, das neue Elektroauto für rund 20.000 Euro soll in Europa gefertigt werden, wie gesagt, knapp dreieinhalb Jahre nach den Marktbegleitern. Ob Volkswagen damit dann noch punkten kann? Wir werden es erleben. Was meint ihr? Zu spät, zu spät? Oder kommt Volkswagen, wie damals beim VW Caddy, genau richtig und überholt dann alle anderen? Den VW Caddy gibt es übrigens auch noch nicht elektrifiziert, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Schreibt uns eure Meinung zu der Skizze und zu den Infos von heute doch einfach gerne mal in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Euer Jens. Ciao.